so hallo zusammen willkommen auf meinem kanal in der titelbeschreibung bzw die beschreibung das sicherlich schon gesehen habt geht es heute mal wieder um ein psp reparatur video ein zuschauer hat mir eine psp geschickt mit dem problem dass verschiedene tasten nicht mehr funktionieren er hatte sich schon mal an mich gewendet mit einem problem eines connectors am mainboard und hat sich dann entschieden ein chinesisches austausch display mainboard zu kaufen und hat das verbaut er wusste nicht ob die die tasten vorher schon gehen wie der zustand der psp war weil das display schwarz jetzt funktioniert die psp aber passen funktioniert nämlich diese china mainboard nachbaut und schon immer mal interessiert hat nicht mehr aber noch nie gekauft hat und für die von euch die schon länger zu sehen wissen ja was ich von china nachbau psp ersatzteilen halte schickt mir mal rüber ich schaue es mir mal an ich schaue mir gerne mal das mainboard mit an schauen wir an wie das mainboard aufgebaut ist im vergleich zu dem original mainboard und versuche gleich nebenbei noch die tasten zu reparieren bzw die fehler die drin sind also wir haben hier eine psp 1000 umspiel zu erkennen zwei logos und die lautsprecher sind unten psp 1000 so können das immer sofort erkennen das zustand der psp ist okay würde ich sagen und hat hier noch ein bisschen heran ausseht man hat hier schon also ich sehe dass ich schon mal offen war weil man hier einen spalt hat der normal dass sie nicht da ist das heißt es nicht ganz drauf hier hin dass ein spalt der sollte auch nicht da sein das heißt entweder ist der deckel kaputt oder man hat es ist auf jeden fall auch die die feder ist nicht mehr da die den deckel aufmacht und naja ich sehe jetzt hier schon beim reinschauen dass es sich um ein kein original mainboard handelt anhand dieses dieses tasters hier in diesem jahr schau mal wie man sieht auf der kamera hier unten drin dieser umd erkennungs taster der daher der ist so klein der kann nie im leben erkennen dass ihr die das ja nur md drin ist also entweder das ist schon abgebrochen okay also der deckel ist auf jeden fall der deckel ist auf jeden fall kaputt da kommen wir schon entgegen geflogen und dieser kennen jetzt immer noch ein bisschen heran hier und drin an dieser stelle ist der da unten versteckt sich der schalter der erkennt ob eine umd drin liegt oder nicht und wenn man hier so einen kurzen nipsi nur hat erkennt natürlich auch keine umd und funktioniert nicht okay also die psb schon wieder mehr probleme zu haben jetzt stecken wir sie mal an schauen mal kurz wann mit dabei ist nein akku ist keiner drin ja sie war auch schon offen ihr seht es fehlen schon mal zwei schrauben also schon dran umgebastelt ohne sie wieder vollständig zusammenzusetzen hier die klammer als verbogen ist schon schwierig deswegen immer der ratschlag von mir kauft wenn möglich keine psps in den schon umgebastelt wurde ihr wisst nie was der vorbesitzer getrieben hat und können so mal ganz schnell in die greifen stecken wir an akkus keine sondern hat mir gerade gesehen und schauen ob sie startet also grüne led leuchtet schon mal ton kommt bild kommt ok immerhin schon mal das display ist auch in ordnung kein riss kein sprung hier ist ein bisschen dreck an der stelle also sieht in der kamera ok wir schauen mal mich auch interessiert auch die software wir müssen natürlich sagen oder sehen dass es ein nachbau und ok die taste zurück geht schon mal nicht weiß schon wann das liegt das liegt an einer also ich bin relativ sicher das liegt an der fall an einem falschen zusammenbau die taste nach unten geht die taste zurück geht nicht dass er oben geht also diese tasse geht nicht das liegt garantiert daran ich prophezei jetzt das liegt daran dass man zusammenbau der käfig der das display hält nicht sauber eingerastet ist deswegen geht das hier nicht deswegen kommt man hier nicht zurück lauter leise tasse gehen detail break dass sie auch das ist nicht schlecht sagen problematisch weil jetzt kann ich auch niemand ab jetzt hast mir gar nicht mehr ok jetzt ist hier anscheinend abgestürzt jetzt geht nämlich gar nichts mehr na gut mir gefällt auch eine schraube sehe ich gerade um die drive also mal als tipp falls ihr an solchen dingen herum schraubt lasst euch zeit merkt euch was ihr tut und nehmt euch echt die zeit euch vorher videos anzugucken hudelt nicht macht es nicht schnell schnell hier fehlt auch eine schraube ja das ist echt immer ermüdend solche psps mit relativ schlechter vorarbeit zu sehen also ich bin auch nicht unfehlbar ich mache auch viele fehler aber zumindest schrauben die ich ausbaue wieder einzubauen ist ich sag mal eine minimal anforderung ok jetzt legen sie jetzt mal und dann sehen wir mal weiter und dann sehen wir mal wieder Musik 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 hua okay also alle anderen schwer ohne jetzt irgendwie zu beschimpfen zu wollen aber hier wurde beim zusammenbau wieder einiges falsch gemacht einerseits habt ihr es vielleicht gesehen das flex kabel des displays wurde hier unten runter verlegt okay kann man machen prinzipiell aber schlecht und es dadurch gequetscht wird also das flexkabel kommt immer über den käfig bei der psp 1000 so hat jeder der balken schon ziemlich ausgelutscht ja auch nicht gut was ich auch sofort wieder sehe ist es für den schrauben es wird hier eine schraube den senior und zwei schrauben hier eine schraube was machen die leute ich hinterlege sie und es bleibt am schluss 1 2 3 4 5 6 6 schrauben übrig sechs schrauben da muss ich mich doch fragen mache ich es noch mal und brauchst noch auseinander also egal so und nun zu meiner theorie wenn ihr euch erinnert die buttons meine theorie war es ist nicht traurig eingerostet deswegen geht der zurück button nicht und ich versuche es ruhig mal zu sagen hier es ist genauso wie ich es gesagt habe ich muss mal so sieht man es einigermaßen gut ihr seht hier das touchpad hiermit wird der druck ausgelöst und diese vertiefungen hier dass ihr hier diese glaube ich kann gar nicht sicher und diese hier die rasten eigentlich hier in das kunststoff ein das heißt der käfig ist so er drückt hier das touchpad runter weshalb die zurücktaste nicht geht warum weil obendrauf und drauf das hier liegt und das hat nun einen gewissen weg das fährt nun einen gewissen weg da die taste jetzt nach unten gedrückt wird reicht der weg nicht aus und den druckpunkt des schalters auszulösen ist ein klassischer fehler sehe ich geführt bei so vielen psps an denen leute schon herum geschraubt haben und sagen die buttons nicht mehr das werden wir jetzt mal fixen ein weiterer nebeneffekt ist wenn ich das mache dass diese diese leiste hier die ich habe auch nicht zauber aufliegt man hat hier einen spalt das kriege ich jetzt nicht wirklich gezeigt schätze ich mal aber man hat hier spiele verkehrt hier auf meinem bildschirm wo ich schaue deswegen eigentlich hier ist ein spalt hier ist dieser dieser riegel der den kontakt des joysticks mit dem mainboard macht der spalte hier auftritt der entsteht auch weil hier der käfig zu weit oben ist das heißt der joystick hat vielleicht im worst case auch keinen sauberen kontakt das heißt das problem entsteht durch die käfig das problem falls es als gab haben nicht getestet steht relativ sicher auch durch den käfig was sehe ich noch thema kabel management werden wir gleich sehen ich wage jetzt auch mal zu behaupten dass das kabel das antennenkabel dass hier einmal quer rüber geht und hier nach hinten geht zur antenne auch irgendwie quer liegt sehe ich hier schon wird dann auch gedrückt und kann hier auch bei der auf der seite problem entführen also bisher keine hardware effekt eher ein problem das entstanden ist durch den zusammenbau beim laufwerk an sich da fehlt hier die klammer das ist die klammer die das laufwerk aufdrückt die das öffnen des laufwerks verursacht und der der tastier der passt einfach nicht das ist garantiert dass man den bord aber das sehen wir uns auch mal an wir hätten wir noch das original bord mit geschickt kann ich das mit dem tasto aber ich noch mal kurz zeigen sehr klein also ich rede immer sehr viel wenn es in die tue wird springen aber weiter ich möchte euch einfach erklären was das problem ist um welchen tastier ich meine ich meine genau diesen sieht hier hoffentlich ganz schwarz auf schwarz diesen tastier meine ich hier den hier fokussieren ich glaube bis in der anderen sie muss leichter wenn ich ihn empfinde diesen tastier meine ich den hier der jetzt mal ein bisschen kippen der ist dafür verantwortlich wenn er gedrückt wird der psp zu sagen hey da ist eine umd drin und ihr seht wie lang der hier ist im vergleich so auch sehr schwierig zu sehen jetzt im eingebauten zustand wenn man nicht schon 30 stück verbaut hat sieht man jetzt hier nicht aber glaubt einfach der ist auf jeden fall zu kurz deswegen wird wahrscheinlich auch nie eine umd erkannt wird das ist alle borde ausgebaut wurde sieht okay aus einzig problem ist und ihr seht zumindest ich und leute die verfolgeriert haben hier fehlt die komplette leiste der ganze connector wurde rausgerissen und hier fehlt auch der halbe connector das heißt man müsste den hier komplett auslöten dass hier nochmal neuen connector einlöten und das macht echt keinen spaß hier neuen connector einzulöten reiner kunststoff connector man kann mit der heißluft nicht arbeiten weil unten kunststoff ist man kann von hier oben ein bisschen mit heißluft drauf gehen und dann drauf setzen macht keinen spaß auch echt schwierig ihn nicht anzuschmelzen geht ja aber das war das problem weshalb das bord getauscht wurde zurück zu dem hier wir nehmen jetzt mal den käfig raus schauen wir noch mal auf das board um drauf da mache ich mal einen vergleich china board zu original board ob man vielleicht irgendwelche offensichtlichen sagen sieht um nicht zu tief einsteigen zu wollen und dann schauen wir dass wir das wieder repariert bekommen so dass einigermaßen funktioniert einigermaßen mal schauen ob das umd drive funktioniert oder nicht aber das ding wird hier nicht funktionieren bin mir sicher so sorry vergessen aufzunehmen ich habe den käfig rausgenommen und ich habe was ja auch nicht gesehen habt dieses teil hier drin gefunden ein blauer abgebrochener deckel halter schätze mal den hat versucht irgendjemand versucht hier dran zu kleben warum auch immer man einen blauen genommen hat furcht über furcht nächster furcht in die seee sorry für den besitzer aber das kabel hier was ich schon angekündigt hatte das antennenkabel das eigentlich hier hier läuft hier oben drüber läuft das verschwindet hier hier unten richtung um die drive ist eher ungünstig weil der schlitten hier also im t3 bewegen soll bewegt sie ja nach links und rechts und das hat einfach mal ganz easy passieren kann wenn das kabel hier drin liegt es klemmt es blockiert was auch immer also das ding gehört nicht da hinten rein sondern das gehört hier nach oben also noch mal wenn ihr was zerlegt lasst euch zeit merkt euch das macht euch bilder nehmen vielleicht gleich ein video parallel mit auf legt ihr handy irgendwo hin und nimmt euch auch was ihr macht weil so sollte nicht sein okay ich nehme jetzt mal noch den hier raus dann nehme ich mal das ganze board raus und schauen wir uns die beiden boards mal kurz an gut ich hab das bot noch ausgenommen und das andere board dass er ausgebaut hat mal heruntergelegt also oben ist das board das verbaut war unten das originale board landungszeigen was sieht man stellt jetzt mal die behauptung auf dass es zwei originale psp boards sind ich sehe es weder von den komponenten die verbaut sind von den beschriftungen von den kondensatoren von den coils eigentlich keinen unterschied also wenn dann müsste es echt eine perfekte fälschung sein und ein perfekter nachbau sein was man sieht ist hier sind kreuen hier ist schon defekt also ich denke also entweder hat das beim verbaut kaputt gemacht glaube ich nicht also meine theorie ist eher hier und hier auch gebrauchen sieht auch ein bisschen geschmolzen aus schwierig zu sagen dass man mit dem kaskob anschauen aber ich glaube das lohnt sie nicht was man jetzt aussieht der schalter hier ist auch eindeutig abgebrochen man sieht hier oben eine eine bruchkante könnte man im bioskop jetzt auch nochmal 100% verifizieren sieht man aber hier ist der umd schalter abgebrochen ansonsten sind die boards eigentlich sehr gleich daher meine theorie das ding stammt aus einer defekten psp man hat es recycelt und hat es wieder funktionieren verkauft der rückseite auf eine beschriftung oder qualität der beschriftung und vom sonstigen aufbau eigentlich komplett gleich bezeichnung der sicherungen auch die verbauten fbc konnektoren sieht eigentlich alles gleich aus deswegen glaube ich dass es ein original board ist das einfach als neues ersatz board verkauft wurde für viel geld sehr schade weil das problem ist nämlich diese dinge die gibt es nicht mehr die sind weltweit ausverkauft es gibt keinerlei ersatz für die zu kaufen ich suche seit jahren funktionierende jahren des übertrieben seit einem jahr funktionierende ersatzteile für genau diesen umd schalter der passt für alle psps und es gibt ihn nicht mehr es weltweit ausverkauft und wenn dann zu preisen wo ich sag das rentiert sich nicht irgendwie 20 euro für seine bauteil was zwei cent kostet jetzt mal wieder zusammensetzen mal gucken ob der rest funktioniert das umd drive wird nicht funktionieren da eben der schalter abgebrochen ist an der stelle darüber hatten wir auch nicht geredet sondern über die buttons ich setze es mal zusammen und schaue ob der rest funktioniert wird auch das kabelmanagement hier noch mal überprüfen und dann schauen wir mal ob alles funktioniert außer dem umd drive beziehungsweise ob das umd drive überhaupt funktionieren würde das verbaut ist das haben wir noch gar nicht getestet so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum eine nicht? Das liegt einfach daran, dass eine falsche Schraube reingeschraubt wurde und das Gewinde einfach komplett kaputt war und die Schraube nicht gehalten hat. Man hat eine viel zu große und viel zu lange Schraube reingeschraubt, deswegen habe ich die rausgelassen an der Stelle, um nicht noch mehr zu beschädigen. Den Deckel habe ich jetzt mal gelassen, der hält auch so, das Home-D-Drive ist ja eh defekt und funktioniert nicht, von daher ist das jetzt erstmal kein Problem. Es hält, die Klappe hält, man kann dann die Spiele wahrscheinlich nur von der SD-Karte spielen, aber das muss ich mal im Nachgang nochmal erklären. Aber, das Hauptproblem waren die nicht funktionierenden Buttons, das testen wir jetzt mal. Also, Akku, Akku rein, also mein Akku startet schon mal. Machen wir den Deckel noch schnell drauf, dass er auch drin bleibt. Und, ihr seht, ich kann von links nach rechts hoch runter ohne Probleme schalten. Also, kleine Ursache, große Wirkung an dieser Stelle, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem was gelernt. Falls ihr den Fehler auf dieser Seite habt, schaut mal, ob ihr den Käfig richtig eingebaut habt. Das ist das Wichtige, dass genau dieses Modul hier an dieser Seite richtig setzt. Und vielleicht bis zum nächsten Mal mit ein bisschen mehr Erfolgen und einer mehr funktionierenden PSP. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ich lese jeden Kommentar und ich freue mich über jeden Kommentar und ich freue mich über jedes Abo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.